Dann biegt Ursula von der Leyen um die Ecke. Wir müssen ein Auge auf die Kinder werfen. Allein der Gedanke daran ist schon ekelhaft genug. Wir müssen mehr für die Kinder tun, für die Kinder aus den bildungsfernen Schichten. Und was sie dafür alles tut mit ihrem neuen Paket, das sie schnüren will. Die Kinder sollen Reitstunden nehmen. Die Kinder müssen musizieren. Dafür stellen wir wegen der Kinder mehr Geld zur Verfügung. 10 Euro im Monat. Da geht damit mal auf den Ponyhof, du Nuss. Da kannst du ein paar Pferdeäpfel mitnehmen. Sollen ja guter Dünger für Rosen sein. Oder geh mal zu einer privaten Musikschule. Ich hätte 10 Euro, ich würde gern was mit Gitarre machen. Nimm die Seite, häng dich auf. Wie lange?